In diesem Video geht es um die besten Heizlüfter. Der Qualitätssieger in unserem Heizlüfter-Test geht an den TaoTronics. Dank der Leistung von bis zu 2000 Watt erwärmt dieser PTC-Keramik-Heizlüfter sich in 3 Sekunden auf 21 Grad Celsius, um relativ kleine Räume wie ein Schlafzimmer sofort aufzuwärmen. Mit einer Neigung von 7 Grad und weitreichende 65 Grad Oszillation bieten der Heizlüfter eine größere Wärmeverteilungsbereich für gleichmäßige Wärme für Sie und Ihre Familie an. Wählen Sie frei den hohen, niedrigen oder Eco-Modus. Bei einer Standard-Zieltemperatur von 24 Grad im Eco-Modus kann der Heizlüfter automatisch zwischen den Modi hoch 2200 Watt und niedrig 1200 Watt umschalten, basierend auf der aktuellen Raumtemperatur, um Energie zu sparen. Die GS-Zertifizierung, flammhemmendem V0-Material, Überhitzungsschutzzensor, 7 Stunden Zeitur, 12 Stunden Abschaltautomatik und Umkippschutz sichern das Gerät für jede Eventualität ab. Auf den Boden oder Schreibtisch stellen. Mit einer Höhe von nur 46 cm kann diese kleine Heizung überall in Ihrem Zimmer oder Büro aufgestellt und über den versteckten Griff problemlos zwischen den Räumen bewegt werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Rowenta So 2320. Stellen Sie diesen ebenso platzsparenden wie leistungsstarken Heizlüfter in Ihrer Nähe auf und genießen Sie eine direkte und gemütliche Wärme. Genießen Sie mit der Silence Stufe leistungsstärke Wärme, ohne von störenden Geräuschen gestört zu werden. Ihre Umgebung wird angenehm warm, während Sie lesen, fernsehen oder schlafen. Die energiesparende ruhige Stufe für eine längere Nutzung und die maximale Einstellung für schnelles und effektives Aufwärmen. Sofortige und unmittelbare Wärme für absolutes Wohlbefinden. Durch das Heizgebläse erwärmt sich Ihr Raum schnell und gleichmäßig. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Heizlüfter-Test ist der ProBris Heizlüfter. Dieser leichte und tragbare Keramik-Heizlüfter hält Sie diesen Winter warm und eignet sich optimal für Ihr Zuhause, Büro, Wohnwagen oder Wintergarten. Zwei Leistungsstufen 1200 Watt oder 2000 Watt liefern eine niedrige oder hohe Wärmeleistung, mit einer feststehenden Einstellung oder automatischer Oszillation für eine 60 Grad Rotationssteuerung. Dank dieser Technologie können Sie somit schneller und energiesparender als eine normale Heizung Räume einfach aufwärmen. Die Maße betragen 18,5 x 15,5 x 26 Zentimeter. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.